Wer ist dieser alte Mann auf meiner For You-Page und warum tanzen alle, wenn sie mit ihm live sind? Bei diesem alten Mann handelt es sich um den TikTok-Nutzer King Thomas. Er ist nicht nur ein verrückter TikToker, der seine Zuschauer zum Tanzen bringt, sondern auch ein Multimillionär, der sich sein Vermögen durch die Betreibung von Erotik-Hotlines aufgebaut hat. Das war vor 20 Jahren sowas wie Onlyfans. Los halt am Telefon. Aber was ist eigentlich an dem Typen merkwürdig? Es ist offensichtlich, er ist der Gründer der Christ-Buddhisten-Kirche. Für mich klingt das eher nach Sekte. Außerdem ist er Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der Firmen Telekontor, B2C-TV und Kanal Telemedial. Im echten Leben ist sein Name Thomas Gerhard Hornauer. Wenn ihr mehr über die königliche Heiligkeit Thomas Hornauer wissen möchtet, habe ich einen Link zu seiner Website in meiner Insta-Story. Und jetzt frage ich euch, Würdet ihr tanzen, wenn ihr mit Thomas live seid? Oh Mann, ey.